Also Männer, heute gibt's Brathuhn. Oh Mann, ein halbes Huhn, hat das jeder verstanden? Rund, Rund, Rund! Er Schlachtenerfolg geordnet! Mit der Hake! So, die nächsten zwei. Was ist denn losgefreut, der Schwarzrat? Sie trauen sich das Handy ja nicht einmal halten? Sie wollen Offizier werden? Werden wir eh gescheiter. Geben Sie ihm die Hacke. Setz deinen Steuerhelm auf, Schwarzrat! Brauchst keine Angst haben, das Handy ist unbewoffnet. Das lebt ja noch. Und solche Nerven werden Offiziere und sollen uns im Ernstfall Befehle geben. Ja, Entschlossenheit, gefreuter Schwarzrat. Tut Ihnen das wohl nicht leid? Das stinkt. Die haben sich wirklich alle noch einmal angeschissen, bevor sie gekriegt sind. Ich glaube, scheißen wir uns auch alle an, bevor wir stehen. Mein Vater hat erzählt, dass sie die Sittaden im Krieg, bevor wir stehen, auch anscheißen. Da brauchst du kein Krieg dazu. Bevor meine Großmutter gestorben ist, hat sie sich jeden Tag dreimal angeschissen.